Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Zone of the Endless The Second Runner. Ja, am letzten Mal haben wir uns die Vorgeschichte angesehen und jetzt sind wir hier auf dem Jupiter-Mond. Ich hab den Namen vergessen, verdammt. Vielleicht steht das hier? Nein, 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 verdammt, okay, steht nicht hier. Ja, wir sind hier auf jeden Fall auf einem Jupiter-Mond. Und, ähm, ja, da würde ich sagen, machen wir weiter. So. Ach ja, stimmt, hier sind wir stehen geblieben. Ach, jetzt kommen schon wieder ein paar Raptoren hier. Ah, das ist schon echt was anderes hier. Da kommt man echt nur mit Technik ran bei den Gegnern, das muss ich echt sagen, ja. Da will ich nicht wissen, wie die späteren Bosskämpfe hier werden, ja. Nein, Gott, sind das. Dieses langsame Zählen manchmal. Ich schlag mal erst mal einfach so zu, ja, okay. Ah, na, klasse. Okay, gut, den ist nicht mehr zerstört. Zack, was ist das, mein Freund? Oh, das hätten wir. Ach, was, keine Heilung, ey. Na, klasse, ey. Das wäre das Schwierige, aber... Ah, Gott, da können wir noch welche. Komm schon. Nein, 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 nein. Tod, oh, so eine Scheiße. Wir sind tot. Und das noch... Und das noch im... Prolog, muss man noch dazu sagen, ja. Ja, toll, jetzt brauche ich auch kein Metatron mehr. Ja, ich weiß nicht, dass der Bossattack-Attack-Button ist. Das war wohl nichts. Ja, ich weiß nicht. Hä, ich weiß nicht. Jehuty, du musst es zu mir geben. Was hat Bara mit Callisto? Oh, du siehst nicht wie ein Miningman zu mir. Geh verloren! Hande auf Jehuty! Schraub den Angriffen mit Lasern. Ist klar. Oh, du bist ein richtig freches Biest, ey. Zack und zack! Au, 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 au! Eigentlich müsste unser Schild brechen, oder? Ich kann das besser als so... ...freuen. Boah, die Bürste-Attack bringt ja nichts bei ihr. Oh, donk, 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 donk. Weil ich erst Main of Manzi kriegt ja. Mädchen legt das aber echt drauf an, ja. Was? Auch wegen einem Treffer ist das dein Ernst. Das ist das, was ich nicht. Ich kann das, was ich nicht. Ich kann das, was ich nicht. Böses Mädchen. Ach, wir haben immer die Wahl. Gut, okay. Auf. Ach, nicht die scheiß Rapportoren. Hey, hallo. Ich bin's so. Kannst mich doch nicht einfach anschießen. Mann, 50% schon, oder? Komm schon. Ich will ja nicht unbedingt den Nahkampf riskieren hier. Das ist gut. Nein, brauche ich nicht. Gut, okay. Im ersten Teil hatten wir das nicht. Aber diese ganze Steuerung ist ja nichts Neues. Wir wollen das gar nicht zulassen, dass da solche bösartigen Gegner rauskommen. Wir wollen das nicht. Wir wollen ja den Homing Laser verwenden. Was auch immer. Oder wie die das auch nennen. Ach, nö. Nicht ihr. Nein, das hält aber auch so aus. Na, mein Freund. Zack. Jetzt hätten wir ausradiert. Dann wären weniger als 70%. Klasse. Ja, weniger als die 25 Na dann überprüft mal, du großer Überprüfmeister Hm, sollten wir das wirklich tun? Was ist das? Das! Immer schön stiften gehen, immer schön stiften gehen Die ist nämlich nicht ungefährlich Mann, lass mich in Ruhe Mann, tot, toll War das jetzt hier zur Gewohnheit, dass wir nach jedem Part immer abkrammeln, abkriepeln Toll, daneben Was ist das? Und das Nein Daneben Klasse Was ist das, Mann? 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 Hey, Viola! Es ist nur eine Replika, die sich gemacht hat, indem sie ihre Vergangenheit und Teil ihrer Charakter zu nutzen Ich glaube, dass ihr eine Antwort von ihr habt Ich glaube, dass ihr eine Antwort von ihr habt Also, was ist das mit Viola? Der Applikable Framerunner ist bereits dead Sie sterben? In dem Jahr 2172, die Antillia Raid Es war eine Sache unter dem Kontrollen der Sprecher Baram hat die Kolonien, um ein Satellite von Jupiter Und hat eine Orbital-Frame, die unter der Entwicklung war Was sie involviert mit dem? Welche Orbital-Frame wurde er genommen? Die Orbital-Frame Anubis Jehuti war ihr auch, aber sie haben nicht diesen Fram Jehuti wurde von jemandem, der viel zu fern von Baram bevor es wurde auf Callisto abandoniert Oh oh... Ein Nubis... Das kann das werden... Es war ein wichtiges Song Ein Nubis... Uh oh. Das verrate ich dir ganz bestimmt nicht, mein Freund. Ich spack dir jetzt aber ganz schön ab. Ich spack dir das auf immer so ab. Jetzt hat es mich aber beinahe erwischt. Jetzt spackt das Spiel aber ganz schön rum. Ah klar. Wieso ich denn gegen dem? Wer ich bin? Ich bin dein Herr und Meister. Oh, der schockt ja an der Stelle ganz schön. Na, nicht schlecht. Das sehe ich auch so. Lass mich los, alter. Ich bin dein Herr und Meister. 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 Es ist lustig. Ich bin dein Herr und Meister. Das wäre gehen Sie nicht zu denken. Ich liebe dich. Du machst mich verrückt. Ich liebe dich. Du disposen das Körper. Eiskalt umgebracht. Help me if you want to live. In 2nd Rada. Ich habe noch nie gehört von so etwas wie das. Hast du sicher, dass diese Ordnung von Colonel Noemann ist? Wenn nicht, warum würde ich so machen? Ich bin bereit. Ready? Please begin. He's got a stable pulse. Thank you. You can go now. Uh, okay. Awake? You've been asleep for two months. I shaved your beard. Ada, please look after me. If I have to. Where am I? You're on Demos Station, the gateway to Mars. How are you feeling? I feel really sick. It's better than feeling dead, isn't it? I didn't die, did I? You didn't. But you did lose your heart and lungs. So how can I still be alive? You can only stay alive when you're aboard Jehuti. Jehuti? The machine supplements your heart and lungs. That power comes from Jehuti. What? The minute you get off Jehuti, it will stop providing energy. You will die if you leave Jehuti. Oh, don't talk nonsense. Well, try it if you like. Sit down. It's too dangerous. Don't do that again. Did you want to scare me to death? You're either stupid or insane! How could you do this to me? I had no choice. The cockpit is too small to put in all the care needed to keep you alive. I didn't want this! I told you if you helped me, I would save your life. I don't remember. When did you say that? Just before, when you nearly died. I don't remember! You should be more appreciative of me. I saved your life, looked after you, and kept you hidden from the other crew for two months. Damn. Hook me up to proper vitals. I can give your real body back, so you'd better just accept my orders. Don't be ridiculous. How can I follow Bahram? I'm not Bahram. What? Quite the opposite. I'm with the Space Force. I'm Ken Marineris. I've been sent into hiding in Bahram. Are you serious? Don't be so surprised all the time. Why not? I said we don't have much time, didn't I? I didn't want to do this either. First, you have to escape from Deimos as soon as possible. You're in danger if we stay here wasting time talking. It's hard for a dead man to understand. You are still alive. So what? Nomi is still alive, too. Don't you want vengeance on him? He killed my comrades. I have the same aim as you, so I won't do anything bad to you. Can I just ask you one question? What? Is it correct? This year's winner was Hesperia Gales? What? Can't you be more serious? I'm very serious. Do you know the answer? We've no time for games on Mars. Give me a thumbs up and... If you don't miss anything, give me a thumbs up. And I'll see you in the next part. Bye. Ciao. See you soon. I'm... Bye. 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 Vielen Dank.